Kinder, Kinder, jetzt komm ich extra von Afrika hierher, aber was ich hier alles erlebt habe, davon kann ich euch ein Liedchen singen. Darum sing ich erstens, 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 erstens. Dass die Frau jetzt Hütchen trägt, ganz hoch und spitz im Turm, der sich hin und her bewegt, als wär der schlimmste Sturm. Dass dieselbe Dame jetzt als Luftschutz warnt, einen Drillichtanzug trägt, ist zeitgemäße Art. Das gibt es nicht in Afrika, in Afrika, in Afrika, das gibt es nicht in Afrika, Afrika. Und jetzt sing ich zweitens, 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 zweitens Das gibt es nicht in Afrika, in Afrika, in Afrika, das gibt es nicht in Afrika, Afrika. Und jetzt sing ich Drittens, 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 Drittens. Dass man heute fernsehen kann, das weiß doch jedes Kind. Gern sieht man von fern sich an, wie nett die Menschen sind. Aber dass man fern riecht, was jetzt im Moment bringt die Welt zusammen, doch ist deutsches Reichspatent. Das gibt es nicht in Afrika, in Afrika, in Afrika, das gibt es nicht in Afrika, Afrika. Und jetzt sing ich Viertens, 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 Viertens. Öl, Bananen, Kautschuk und vor allem sehr viel Land, Kolonien, die als gesund in aller Welt bekannt. Kaffee, meine Damen, Tabak, meine Herren, wir wollen unser Recht mehr zu verlangen, liegt uns fern. Darum wollen wir nach Afrika, nach Afrika, nach Afrika. Darum wollen wir nach Afrika, Afrika.